Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Lieferung an Meister Havis anzunehmen bei Leveling Pass im Dämmerwald an dieser Stelle. Vor Quest war am Vorgang auf Jorgen. So, und dann geht es in diese Richtung. Der Weg dauert jetzt ein bisschen, ich bin aber mit hundertfünfzig Prozent unterwegs. Ich halte mich auch am Weg, so könnt ihr nichts verpassen. Was passieren kann ist, dass wenn ich so niedrig fliege, ich an Zäunen hängen bleibe oder sonst was. Bemühe mich aber die korrekte Höhe zu behalten und ich nicht hängen bleibe. Und ja, ich hätte auch eine kurze Unterbrechung machen können, aber es hätte sich nicht gelohnt. Da hätte ich unterbrechen müssen und dann gleich wieder die Aufnahme starten müssen. So, hier biegen wir nach rechts ab. Und das sind wir auch schon. Quest ist abzugeben bei Oliver Havis im Dämmerwald an dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.